Seit ich emanzipiert bin, lebe ich als Mann. Ich purze und ich rülpse, schau mir regelmäßig Pornos an, schau mir regelmäßig Pornos an. Abends streife ich durch den Straßen, weife schöne Weiber hinterher. Neulich wurd' ich fast zum Busenkrapschen, sowas möcht' ich doch lieber nicht lieb. Und was mir auch nicht so passt, als Mann muss man alles zahlen. Die blöde Weiber sind immer Gast und wollen dann auch noch mit dir prahlen, wollen auch noch mit dir prahlen. Auch soll man heutzutage einfach sagen, was man will, doch pass auf, in welchen Ton. Und ja, mit Stil, vor, 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 ja, mit Stil. Die Weiblein sind, wie wir wissen, ja, immer mehr Manns. Ich hatte gestern sogar beim Pissen noch mit ein Männlein Chance. Ja, ja, sogar beim Pissen hatte ich Chance. Ich wünsche der Menschheit viel Glück in allen Lebenslagen. Die Männer vor allem viel Kraft beim Instruieren und in schwangeren Lagen. Seit ich im Anzipiert bin, lebe ich als Mann. Ich furze und ich rülpse, schau mich regelmäßig Pornos an. Schau mich regelmäßig Pornos an. Schau mich regelmäßig Pornos an.